Servus und hallo zu einer neuen Folge EPL Saison Modus mit den Vienna Capitals. Heute geht's los mit der Erste Bank Eishockey Liga und am ersten Spieltag geht's gegen Feherber AV19. Das lief ja recht gut bisher in der Champions Hockey League. Und wir wollen natürlich diesen Rhythmus auch in der Ebel beibehalten. Und ja, ich habe ja beim letzten Spiel gefragt, ob die Vienna Capitals einen Backup verpflichten sollen und sie ist ganz eindeutig für Ja und die Capitals haben Patrick Galbreit verpflichtet. Ich habe keine Ahnung, ob ihr den kennt. Wenn ich das Inge schaffe, dass ich hier seine Stats oder so einblenden kann, dann werde ich das tun, an und falls halt nicht. Und ja, auf jeden Fall 31 Jahre alt, ich glaube dänischer Nationalgoli oder so. Hat letzte Saison in Krefeld gespielt, hat aber nicht so wirklich überzeugt, aber so schlecht war er jetzt auch nicht. Naja, ich hoffe, dass er den Capitals hier weiterhelfen kann, den Titel zu verteidigen. Denn mit einem 54er Backup, beziehungsweise mit einem 18jährigen Backup sollte man vielleicht nicht in die Saison starten. Und man will ja auch JP Lamoureux ein bisschen entlasten. Und nicht die ganze Saison durchspielen lassen. Über fast 70 Spiele, circa. Oh, Samson setzt sich da schön durch. Oh, versucht es damit zu bauen. Ja, also wir dominieren diese Anfangsphase bisher. Fair war eigentlich noch keinem Torchuss, glaube ich. So, Paul hat es schon. Auf Samson, er schießt am Tor vorbei. Und Lamoureux hat den Puck. Und da ist die erste Chance, Tessier. Ah, fuck, zu viel. Zu viel Haken. Ah, Gurtans geht an der Seite vorbei. Power auf Sharp. Ah, der kann nicht kontrollieren. Loväcchio. 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 Reiter. Gilbert. Widmer. Reiter. Loväcchio. So, jetzt setzen sie sich fest. Aber wir können Puck behaupten. Oh, so Spau geht da durch. Und schießt dann übers Tor. Ah, lieber Kovic jetzt. Kovic. Oh, schöner Save von Wiesentor. Keine Ahnung, wie man den Typen ausspricht. Ah, Loväcchio verfehlt den Check. Und Lamoureux freest. Scherbe. Oh, kein schlechter Beginn. Nur die Tore fehlen halt. Und der springt Lamoureux aus der Fahnenkant. Oh, Lackos. Lackos auf Samson. Ich kann ja nicht zielen heute. Oh, oh. Gute Chance. Fairer, aber sie nutzen sie nicht. Und jetzt gibt es vielleicht den Konter. Dominik Hackel. Oh, der Hinterpass. Ah, Dominik Hackel. Oh, 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 oh. Chance. Gott, ich. Girani. Wicke. Wieder Lamoureux. Ah, wohin? Oh, Fischer holt da. Girani fasst noch ein. Oh, über das Tor. Und damit ist das erste Drittel vorbei. 0 zu 0. Nach den ersten 20 Minuten. 3 zu 6 Schüsse. Eigentlich die Capital ist das Dominante. Oh, Schöner Schuss. Schöner Block von Brocklhurst. Jetzt vorne zur Rotter. Rotter. Hier können sie heute alle nicht schießen. Oh, Lutinen. Ach komm, das gibt es doch nicht. 1-0 fair, aber ein Eigentor. Oh, was ist das denn für ein blödes Tor? Oh, von Fisch? Nein, von Mekir nur, glaube ich, reingedrückt. Und das war Schütze. Oh, das war Schütze. Ach, Tendrez. Uiuiui. Uiuiui. Oh, das ist ja ein bisschen schön. Oh, jetzt gibt es eine Strafe, ey. Verdammt, die Kacke. Wir kommen nicht an den Punkt, Mann. Was ist denn das jetzt? Ja, endlich. Jetzt gibt es mal Powerplay für Färber. Oh, Lakos. Oh, Power. Er startet durch. Ah. Ah, fuck. Gute Chance aber für Power. Oh, fuck. Gute Chance aber für Power. Okay. Wir wollen fliegen. Er wurde erstattet. Oh. Oh je. Oh je. Oh je. Gute Money. Ja, schöner Block. Das ist hier. Was ist jetzt? Hä? Halten? Ah, nehm ich gern. Was war denn jetzt? Achso, das da. Ja. Okay, dann damit geht's mit 4 gegen 4 weiter. Ja, wie lange willst du denn noch warten, bis du das Bulli machst, du Vogel? Oh, erde, nee, schön. Was? Was schießt ihr da alles um Torf bei heute? Ne, dann sowas. So, rota. Keinen. Ah, nee, komm nicht durch. Ah, Nissner. Ey, sag mal, was ist denn los? Ins Tor. Doof, das Tor zu treffen, oder was? So, wo komm jetzt? Torf. 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 Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, Holzapfel. Ja, Fick nicht. Ja, natürlich, Haken. Nee, Fick nicht, Schiri. Ach, das kann doch nicht sein, Mann. Der war doch schlimm Tor, der Puck. Ich muss einfach nur den Stock hineinhalten. Ey, was ist denn los, ey, hallo? Blödes Torztreffen, ja. Ey, sag mal. Oh, Mann, Mann, ey. Oh, 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 oh. Ah, schön, Amore. Jetzt wird noch ein bisschen 4 gegen 4 gespielt. Damit war's jetzt auch mit dem zweiten Ripple, 1 zu 0. Weiterhin. Jetzt müssen wir Gas geben. Ah, sehr knapp. Ja, ey, Fick dich doch. Ich weiß, dass ich Fallen, der Arsch. Und Tor, 1 zu 1, jawohl, Riley Holzapfel. Seht ihr, ich bin ein bisschen ruhig und dann läuft's und dann läuft's. Erstes Saison-Tor, der wäre eine Capitals. Zack, ins Kreuzack. Assist von Aaron Brocklehurst. Holzapfel. Ey, ist doch nicht dein Ernst. Jetzt führen die wieder, die Muschis. Komm. David Gilbert. Vielleicht heißt das so. Ich glaube, der war noch abgefischt von Samson. Ja, da hat er einen Schrott eingehalten und dann wieder ein Halper für Lamore. Oh, Klubotanz, renn du nicht weg, du Pfosten. Mann. Bauer. Ja. Bauer. 2-2 es ist von jamie frazer noch mal rübergelegt hat der torwart nicht damit gerechnet und dann steht es 2-2 frazer und wo aus 4 ah la 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 es hier es hier ach scheiße war eine gute Chance Ah, fuck, man Pintje Oh, was da? Oh, oh Ey, du bist doch ein Vollhorst Mann Ey, leck mich doch am Sack, Mann Das kann doch nicht sein Jetzt schießt drei Tore Das ist schon blödsinn Ja, genau, weil der durchlässt, Alter Aua, ne, 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 ne Tarkest schliegen beim Tor, der war Wolle, passen Ey, du Volli So, Vukovic, komm, mach was Nein Ja, wo ist meine Defense? Ey Der hat, der ist über mich drüber gefallen, Mann, das ist doch keine Strafe Was ist das für ein Huren-Skiri, Alter? Lern mal, mach mal deine Ausbildung nochmal, Volli Na, schieße mal hin Ja, ey, die wissen halt immer, was ich mache, Mann Ja, natürlich Äh Kommt Nödler ran Ja, nein Natürlich hat er noch den Punkt, Mann, natürlich Die, Alter, mach deine Ausbildung nochmal Was ist das für ein Schiri, ey, das ist schon mal die U8-Pfeife, der Vollidiot Jetzt Checkt wieder sein eigen Puck mitnehmen, Mann Ja, lauf, lauf, lauf Als ob der schneller ist als was, Mann Ja, natürlich Kommt er fast nicht Schieß doch rein Ah Scheiße Woll So, jetzt Timeout Und dann geht er schon Und dann geht er Und dann geht er Tief Und dann geht er Das ist Nein, der schießt daneben! Ach, es leckt mich doch am Arsch, ey, verliere ich gegen die, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like, dann aber auch, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ciao!